Hallo und herzlich willkommen zurück zu Top of Flop mit Observer System Redux. Ich habe hier Observer 1, also den normalen Observer-Teil, habe ich ja so ziemlich privat durchgespielt, habe aber auch einen Teil vom Spiel im Stream gespielt. Okay, könnte Spoiler beinhalten Leute, vorsichtig. Das Jahr ist 2084, wenn sie mir erzählt hätten, wie diese Welt werden würde. Oh, okay. Dann kam die Krieg, die große Decimation, die Westen, die Westen, die Westen, die Westen, die Westen. Except for Kyra, the Corporation seized power and forged the Fifth Polish Republic, a crooked empire of blood and ash. There was no one left to oppose them. But still, we endured, and so it goes. The rich get richer as the poor rot away in their hoffles, desperately looking for ways to escape reality. I am what they fear, a corporate tool of oppression. A despised leech that creeps into your dreams and feeds of your fears. If you don't remember, if you won't remember, that's when they call me, to access you, to gather evidence, to dredge up whatever is hiding in the darkest corners of our mind. My name is Daniel Lozowski. I am an Observer. Observer System Redux. Adjust the slider until the logo on the left is not visible and the logo on the right is barely visible. So, I go to my OBS-Bildschirm. It's barely. I would say that. So. We'll have a new game soon, or what? Let's go. Come in, Lozowski. Come in, Lozowski. Your signal is all over the place. Have you taken your meds? I will. In a moment. Do it now. I need you in good shape. No one left for you to interrogate. Sounds pretty bad. Yep, not pretty. The explosion leveled half a block. Careful what you say. This is a monitor channel. And? Yes. Well, what's left of me? Dad. Tell me where you are. I'll come and get you. Shit. Dad. Once in your life. Just listen to me. Whatever happens. I want you to remember. You're not in control. Then. Apartment seven. Ground floor. Through the courtyard. Turn right, turn left. Straight ahead. Yeah. I got it. Backwards and forwards. Thanks. No. Open. To the courtyard. On the courtyard. I'm not in control. I can't wait for me. It's the building. Of the courtyard. With the courtyard. Okay, jetzt sind wir hier einfach so. Das Hauptspiel habe ich gespielt. Ich weiß noch grob, was passiert ist. Wie weit soll ich mich noch wegdrehen? Okay. Ach, irgendwie auch so eine spezielle Sicht, wie gehen denn die nochmal? Egal, wir gehen erstmal weiter. Wenn man das weiter darf, ist das? Adam? Oh, mein Gott. Fuck! Fuck! Mensch! 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 Das ist Lazowski, ID 656-2-1-0. Kann jemand hören? Great fucking great. Okay, dann. Maybe it's not him. It doesn't have to be. Operational efficiency restored. This is Lazowski, ID 656-2-1-0, setting up a crime scene. Press E to activate electromagnetic vision. I need to check the vision's compass for connections. Six million volts wasn't enough. H-N. Gotta start somewhere. H-N. Victim is equipped with an ID-Mixer. Identification not possible. Dammit. Illegal, software detected. Unde sind hardware detected. Okay, er hat irgend so einen Prototypen-Chip wie auch immer drinne. Erratik cutting pattern. Indicating the killer was in a frenzy. ID check. Failed. Time of death. About an hour ago. Before he called me. Blut haben wir auf jeden Fall auf dem Boden. So ist ja die Waffe. Bringt uns die Ansicht hier reichlich wenig. Ich darf ja zumindest mal so rumlaufen. Und dann möchte ich viel Blut. What the fuck do we have here? Clore marks. Oh-oh. Oh-oh. A hidden data storage, the encryption is too complex for my hacking tool, I'm taking it with me, might be able to decode it later, you never cared about this stuff Adam, so this is your apartment, doesn't mean it's your party Es ist zumindest Adams Räumchen Aber erstmal bleibt natürlich zu sagen, wir spielen hier Top of Lop, ich habe Observer ja gespielt, ich habe sehr gerne gespielt, nur dass ich finde Irgendwann sehr abgedreht wurde Is das Psychologie mit einer Schraubung? Collateral damage, oder evidenzert die spazie? Was haben wir denn hier schönes? Scheinbar nicht wirklich interessant. Ein Motherboard, verrückt. Prozessoren liegen hier, das ist ein i7, nicht so aktuell, gucken wir doch mal hier, die haben wir eigentlich schon geguckt. Kann es leider nicht aufmachen, oder vor was liegt, was ich nicht wegräumen kann. Okay. Was sind Code nicht? Ist das wahrscheinlich hacken? Noch nicht was? Ich gehe dann da rein und da geht es überall hin. Das geht hier um die Ecke, geht hier in diesen Monitor. Naja, das wissen wir ja mittlerweile schon. Aufmerksamkeit. 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 Wir haben mal die Body. Was stand da nochmal drauf? 3 3 4 5. wo kriegen wir den code her es kommt mir vor wie eine szene aus dem hauptspiel ist es nur ein redux also gut hat das schon im namen ja aber scheint einfach nur das hauptspiel zu sein dann weiß ich nicht mehr wie man hier weiterkommt haben wir schon gut haben wir schon das war ein bisschen los Man merkt es wahrscheinlich kaum. Eine schwierige Stelle, um reingeschmissen zu werden. 1 9 8 4. Untertitelung des ZDF, auf der ollen摩 MN A3 und nr. Sie könnennyttenan passive, oder auch περι solamente vergleiche in scène ab. Bine 22 Euro anwischen kundin, ohne der Felix jer глаз. Und wir reden dann. Ich denke, sie sind auf mich. Ich habe genug Probleme, wie es ist. Sie ist nicht wie uns. Sie weiß, sie ist über ihre Hände. Sie terrifizieren Sie. Du kannst nicht so viel von der SimpleMind. Fokus auf deine Arbeit. Und die Human-Relations-Suspecte. Ich weiß, sie ist nicht wie uns. Fokus-Eyes. Glad you liked the piece. Basically, es captures the essence of what we are trying to accomplish. Und da ist irgendwie ein Dealer-Boy. Alles gut. Datas. Leaving the crime scene. You're still alive. I know it. ...and await further instruction. Attention tenants. This is a sanctioned lockdown procedure. There is no information. Remain in your apartments and await further instruction. Attention tenants. This is a sanctioned lockdown procedure. There is no... ...and await further instruction. Okay, jetzt hat sich alles ein bisschen beruhigt. Immerhin. Hier. Hi. This is Tom. And Irene. We hope you're having a positively peachy day. Oh, we sure do. Sadly, we're not in right now. Boo. But you can leave your message after the beep. And we'll get back to you as soon as we're home. Yay. Oh, I mean, beep. were not at all. Heh, eh, eh... Look, this one. You say this sound nice. Okay, here's right. We hope you're having a positively peachy... ...oh, we certainly don't know one. Here's 80 mee. We're not in right now. But you can leave your message after the beep... ...and we'll get back to you as soon as we're home. Yay! Yay! Well, that's good. er wird wohl nicht mit mir kommunizieren weiter die türen hat es den türen wo er wo er geht so ok so ich nach ja sind ein Ich habe eine falsche Begründung. Können Sie mir eine falsche Begründung geben? Vielleicht. Was ist es für Sie? Mein Sohn könnte sich in der Apartment bleiben. Ich versuche ihn zu finden. Na gut, du erzählst mir, was er sieht. Ich werde dich wissen, ob es ein Bellen ringt. Wir haben ein paar Tage verloren. Ja. Sine der Zeit, ich denke. Ich bin ein Familie. Du schützt! Nein, du schützt! Nein, du schützt! Nein, du schützt! Ich versuche es, wenn du nicht schützt! Ja, ich kann sagen. Kannst du ihn beschreiben oder was? Ja, wahrscheinlich in den 20ern. Medium-height, medium-built. Er war nicht sehr memorabel. Hast du gesehen, dass du etwas ausgesprochen hast? Ja, du schützt! Ja, du schützt! Nein, ich schützt! Ich schützt! Ich schützt! Ich schützt! Du bist so dumm! Nicht so dumm wie du bist! Nuh-uh! Du bist so dumm! Du schützt! 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 Gut, dass wir hier rauskommen sind. Ist das richtig? Ja. Ich arbeite mein Weg. Ich habe sogar eine Statist-upgrade. Als das durchführt wird, wir werden in einem B-Class-District in kein Zeitpunkt. Ja. Gut, mit dem Glück. Toller Mann. Toller Mann. Toller Typ. Oh ja, das ist... Ich kenne selbst die Dialoge hier noch mehr oder weniger. Also, das ist wirklich das Remaster quasi vom ersten Teil. Ich weiß nicht warum das ein Remaster oder ein Redux braucht. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher warum das notwendig ist. Das Spiel war eigentlich gut. Wie gesagt, es ist irgendwann sehr abgedriftet. Irgendwann wird es sehr crazy. Ich bin nicht sicher. Lass uns die Hand die Hand zu tun. Ich weiß nicht egal. Aber ich wäre einfach immer so, Wir haben irgendwo das fast eine Halle-Bund-Spray. Ich bin nicht sicher. Die Hand zu mir. Ils haben sicher! Der wird es nicht sicher. Anesthetic Numbers Was? Okay Man hat die Zeilen ja ab und zu gesehen Wird das anders machen können, als ich hier mit dem durchgeklicke Hallo 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 What might that be? Wie ist das? Wie ist das? Ich bin mit der KPD, wenn das, was du fragst. Geräusch? Wir haben nicht einen Kopf an diesen Teilen gehabt. Und niemals, ich glaube. Na gut, du hast einen jetzt. Ja, gute Glück. Du brauchst es wirklich. Nicht so viel los hier, ne? Erzähl die bei weiß. Ab und zu ein paar Performance-Probleme. Wir haben eine Strict-Discontrolle. Aha, aha, aha. Aha, aha. Wir müssen hier kosten. We greatly appreciate your Exemptary Service. Also der hat sich schon mal beworben. Ich will jetzt nicht alles durchlesen, ja? Wir sind hier bei einem Top-Orb. Objektiv. zwei Agen. Helena und Novak in Apartment 104. Hanna und Nadier in Apartment 105. Both auf dem gleichen Fuß. Mhm. Back, during war, took one life. Sent for one of you to get into his head. You fought in the big one. Is that why you got all this junk in you? Plasma sweep. Hit our convoy. Buried through armor. Sorry, I didn't mean to bring back memories. Yes. Memories. What could you tell me about the tenant in apartment 7? Tenant? Yeah, tenant. How long has he been living there? Yeah. Maybe longer. Not good with time. You ever talked to him? Didn't get out much. None of them do. All right, Tinman. Let me know if it comes back to you. Something triggered the lockdown. Trying to get it open. Rudy and I. You think it might be the nanophage? You had any recent outbreaks? No. Last one. Long time ago. Down by the river. All the implants. Bath. The implants. Can we lift the lockdown from the inside somehow? Or get a message out? No. Keep people in. Isolate. Accommodate. Alleviate. Yeah, we all know how that last one used to work. Take it, Rudy's the robot. Move the function service and maintenance. Drone. Don't lose it. What? Wonders of. Sometimes. I need to... track. Manually. All right. I'm heading out. Can you give me full access to the building? Uh-huh. Assistance. Unstable. Unlocked. What I could. Thanks. You better stay here. There might be some very nasty people out there. Nasty. Uh... Uh. Bad. Look. Just stay safe. You know what? I never got your name. I'm Dan. Uh, name? Janus. Malekka. Malekka. Roman. Roman. You know. Sorry I gave you a hard time earlier. Good to meet you. Janus. Oh, netter Typ. Roboter noch dran hier. Service drone. Ich finde das Spiel sehr gut synchronisiert, muss ich gestehen. Fällt mir sehr gut. Weil ich kenn's ja eigentlich schon, ne? haben Sie Rood draufgekürztet? Oder was steht da? Leider nicht helfen Kumpel, Tür ist zu 105, 10, aber wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollten eigentlich 104, ne? Wir müssen jetzt quasi rechts rein, hier, quasi wieder rechts, quasi wieder rechts, na hier zumindest nicht, kann keiner mit mir reden, kann auch nicht mit mir reden, hörst du, hörst zu, hörst zu, hörst zu, so, ich bin jetzt hier, ich hätte in die Tour, in die Tour gemusst, aber konnte nicht, also muss ich einen anderen Weg gehen, links rum, oder aus, und das geht auch nicht, da komme ich ja nicht, da komme ich ja nicht, nicht durch, du nur, ich fuhl nur geradeaus, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin Thaddeus Karski, Head of the Family, wie kann ich help you? Listen, have you seen anything questionable going on around here? Apart from the usual, you mean? The usual? Well, you know, this place isn't exactly a beacon of morality, still we mustn't judge, most people mean well, they're just misguided. Everything all right in there, did the lockdown spook the kids? Oh no, we're fine, I do appreciate your concern though. You sound very calm, you're not worried about a potential outbreak? Oh, that doesn't concern us, officer. Of course, I hope that's not the case, for the sake of the other tenants. What do you mean, it doesn't concern you? We're all clean of corruption, my wife, myself and the little ones. Clean of, oh, you're Immaculates. Children of the Immaculate Birth, yes. You've heard of us, all good things, I hope. I'm crying out loud. Well, I've never been called to a crime scene where one of your kind was involved. That's good enough for me. Our kind? I see. Do you take offense to our way of life, officer Lazarski? No, but it must be hard on the whole family. No one said life would be easy. I'd have to say, no mods of any kind, that's quite a statement these days. Is it really? Is having a neural connection to the web worth renouncing your humanity? Is a body held together with screws and wires really worth a corrupted soul? Some would say there are benefits. Certainly. I know our lives will be shorter and less comfortable. But it's a price we're willing to pay for experiencing the purity of our God-given bodies. Don't get me wrong, I'm not a big fan of implants. But I couldn't do what I do without them. Yes, you carry them within you. It wasn't really a choice, you know? Oh, but clearly it was. The world would be a better place if more people realized that. You're not going to get preachy on me, are you now? I apologize, officer. That certainly wasn't my intent. How do you make a living anyway? Not many jobs left that don't require some basic augmentation. We're a close-knit community officer. We help each other out. As one should. Alright, if you say so, Mr. Karski. Godspeed, officer Lazarski. That had to do with normal people without augmentations to do. If I didn't understand it. Verrückt. Man the way will I make there, fuck. Mourth. I've already got some shit found. I've already got some really funny stuff. There's a radio. I want to have this radio. You need to watch this radio. It's a radio. That's a radio with aичесcedent radio. That's a radio with a broken radio. Die Mary ist gerade was erledigen und hat mir geschrieben, dass Part 1 abgeschlossen ist. Ich bin zwar mitgekommen, aber ich hätte da nur rumgestanden, also habe ich mich dazu entschieden, noch was aufzunehmen. Jetzt bin ich hier. Bin irgendwie auf dem richtigen Weg. Ist doch schön. Wie wird denn das jetzt eingebauten? Die andere Seite, wo der Roboter lag? Wo ist der Roboter hin? Power Cable, sehr schön. Auch ein Power Cable. War das richtig? Ich habe mehrere Anstöße. Das ist irgendwie buggy. Versuche ich das nicht runter? Ich habe noch irgendwo ein Kabel. Was? 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 Es ist ein Minispiel. ja ja so ein mini spiel spielen ist ja noch mal selber level war kein sinn kann ich nämlich aber den zweiten das ist EZ-Going, oder? Das war's für heute. So schon mal nicht. Okay, dann muss ich brainstormen. Das geht ja eigentlich gar nicht anders. Krieg ich jetzt mit dieser einen Klinge alle tot. Jetzt hat er da kein Schwert mehr. Kann ich ihn doch irgendwie am Leben... Nee, das geht nicht. Der treht mir ja am Arsch. Wenn ich hochgebe, bin ich tot. Der Level überfordert mich schon. Mal ernsthaft, wie soll das gehen? Okay. Oh, das hält auch nicht so gut. Äh? Ich komm nicht ans Schwert, ohne dass ich den töten muss. Ich komm nicht an das Schwert, ohne dass ich den töten kann. Oder pullen kann. Der mir am Arsch klebt, kann ich den nicht pullen. Der erste Schritt kann man eigentlich nicht anders machen. Jetzt muss ich überlegen. Kann das Schwert da oben nehmen? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich den einfach nicht töten. Pulle ich den jetzt hier her, nur auf einmal im Kreis. Ja, seht ihr mal hier. Easy. Das ist nicht schwierig, wie ich gewollt. Shit, von da triggert er noch nicht. Der wird. No. Ach, ich hätte ihn von oben mitnehmen müssen. Ah, Mann, Soli, ey. Was kannst du eigentlich? Sollen wir den mit? Den mit. Den mit, den mit. Das muss ich einfach nur die beiden mitnehmen und töten. Oh Gott. Aber das ist auch okay. Mehr darf man nicht spielen. Seid froh. Seid froh, Freunde. Wir haben das Minispiel durchgespielt. Gemeinsam. Eine harte Nuss, aber wir haben es irgendwie geschafft. Wir sollten nicht vergessen, dass es immer noch ein Horrorspiel ist. Miss Nader, ich bin mit dem KPD. Ich bin mit dem KPD. Sayung. Miss Daten. Misses. Misses. Misses Nader. Wir schauen uns an eine Verbrechung hier. Na gut. Ich bin sicher, dass die anderen Tenenten sehr glücklich sein werden. Aber nicht du? Nein, Officer. Nicht ich. Haben Sie irgendwelche Anrufe in der letzten Stunde gemacht? Nein. Ich habe nicht. Kannst du deine Kompass für eine Verbindung? Niemand hat ihn benutzt als Proxie. Ich habe keine Kompass. Nein, Kompass. Ich dachte, dass alle einen hatten. Oh, du denkst falsch. Ich habe keine Kompass eines solchen Artes. Wenn du nicht meinen Fragenst, livest du alleine? Ja, ich bin und ich, ja, ich live alleine. Keine Frau oder Frau. Sie hörst du mich? Ich sagte, es war nur ich. Ich habe keine Kompass. Ich habe keine Kompass. Ich habe keine Kompass. Ich habe eine Kompass. Meine Frau hat viele Jahre alt. In der Plagie. Entschuldigung zu hören. Ist das warum du keine Kompass hast? Ja. Willst du die Kompass auf meine Gesichter und meine Gesichter sehen? Es ist ziemlich eine Kompass. Die kleine Kompass haben sich wirklich ausgetauscht. Oder muss ich dir zeigen, was ist meine Kompass? Ist das zu verhindern? Frau Nader. Ich mache nur mein Job. Ja, ich habe das schon gehört. Wenn die Kompass haben, meine Laura weggebracht hat. Eine von mir kam und sagte genau das. Ich habe sie nie wieder gesehen. Nicht nur das Körper. Es ist wie sie nie existiert. Ich bin nicht so. Nein? Also, du arbeitest nicht für die Kompass? Die gleiche Leute, die alles, was ich hatte? Nur weil sie mich betrifft, das bedeutet, dass sie mich betrifft. Es ist nicht so schön. Es ist nicht so schön. Du solltest mit deinem Beruf, Officer. Ich bin sicher, dass du deine Hände bist. So long, Mrs. Nader. Helena, keine Backpages. Hallo? Ist jemand da drin? Ja. Ich bin der KPD. Ich muss dir einige Fragen stellen. Oh, und wer ist dein Freund? Freund? Das ist nur ich, Frau. Oh, ich muss jetzt gehen. All righty. Geht doch nicht ganz sauber in der Bühne. Was? Ich... 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 Zensur. Fine. Du hast sehr hilfreich. Gute Nacht. Die Tür in diese Richtung kommen. Aber geht nicht. Ja, wir können noch draußen. Aber ich würde sagen, an der Stelle unterbrechen wir das einfach. Denn es ist wirklich einfach nur Observer 1. Und äh... Ich kenn das Spiel schon. Und ich find's gut. Und äh... Wer es noch nicht gespielt hat, kauft es euch. Ed macht Laune. Jetzt springen wir mal auf dem Desktop. Und da sind wir ja hier. Download Observer System Redux vorbestellen. Warum? Warum gibt's ein Redux? Das... Ja, das kenn ich alles. Aber warum? Ist die definitive Vision... Ja, das kennen wir ja. Neueinsteiger hätten die Chance, eine aufregende Cyberpunk-Geschichte in ihrer ganzen Next-Gen-Pracht zu erleben mit 4K-Auflösung. Ja gut, das ist wirklich einfach nur ein Redux. Um es nochmal aufleben zu lassen. Ähm... Vielleicht können wir einfach mal normal zu Observer gehen. In der Bibliothek. Habe ich auch gespielt. 7,7 Stunden. Ist nicht so lang das Spiel. Normaler Observer kostet 22,49€. Äh... Joa... Observer System Redux vorbestellen. Ähm... Also eigentlich kriegst du nur noch das Redux, wie es scheint. Kriegt man nur noch das Redux. Ähm... Dann holt euch das doch halt. Und gönnt euch. Könnt ihr auch vorbestellen für 22,49€. Ist wie gesagt ein gutes Spiel. Deswegen werd ich es, ähm... Joa... Jetzt auf Top setzen. Ich hab's gespielt. Ich mochte es. Das Ende war interessant. Ist ein bisschen durchgeknallt. Ähm... Es wird irgendwann sehr durchgeknallt. Beziehungsweise... Anfangs finde ich das noch cool so mit... Informationen sammeln. Und so weiter und so fort. Ähm... Später war es dann ein ziemlich durchgeknallter Scheiß. Aber hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Da geb ich dem Spiel einen Top. Wenn es euch gefallen hat, besorgt euch das Spiel. Spielt es. Es lohnt sich. Es macht Spaß. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Top of Flop. Bis dahin und tschüss.